so hallo und herzlich willkommen meine lieben und willkommen zurück hier bei dead by daylight mit dabei ist der murphy und der birdie bumfelt okay der kettensägenmann welcher von denen der hibli okay jetzt habe ich den schlag kassiert nur um dir das zu sagen ja bitte hallo ein bisschen mit körpereinsatz ja der hat mich einfach zersicht versicht er hat den ass zersicht und er hat den gast zerlegt ja warum das ist jetzt so in das hat jetzt jeder also hier ist noch nicht hast also wirklich ja es tut mir leid ich aber hier trotzdem runterholen nö 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 dann geh halt wieder ja geh ich auch da war doch der killer ja ich hab doch gesagt ich geh jetzt ja du gehst ja bin ja auch mal gespannt jetzt ja da geh ich jetzt aber da geh ich jetzt aber gehe ich jetzt einfach ja auf die auf diese art und weise in dem ich am haken gleich hänge ja das ist natürlich auch eine kluge strategie ja das ist das ist ja definitiv ja aua ich hab mich gestochen hör auf zu lachen hast du dich gepiext den könntest du sie holen ich möchte das nicht ich will das nicht das ist mir auch das ist mir jetzt zu doof vielleicht das ja auch nicht ach so überlegt mal wie du mit deinem verhalten jetzt klarkommst pinkie so würdet ihr mich runterholen ja bitte ich bin viel zu lieb für diese welt hier ist aber der killer der camp ja ich seh das schon hallo au warum müssen sie immer campen ey ja das gibt's doch nicht hier aaaah dillin ja würdest du mich runterholen bitte ich bin auch wieder ganz ganz lieb oh es kommt auch jemand ne ja komm schon schleicht doch nicht rum ach dankeschön würdest du mich anfassen ja jetzt geht's aber zu weit wo bist du denn ja ja wo hier ja direkt hinter dir ja danke ich wollte dir auch Zeit sieht der mich der steht doch da einfach nur rum sieht der mich nicht wartet der geht der jetzt raus der steht da der steht da und macht nichts doch jetzt guckt er wieder jetzt jetzt macht er wieder geh ich halt woanders hin ja entschuldigung er ist rausgegangen ooooh das gibt's doch wohl nicht ooooh schade so ein assi also wirklich ooooh ein franzose ich hab keine vorteile das stand bei mir auch lieber murphy ja wird geladen steht das bei dir auch ja ja dann ist dein spiel viel zu langsam dein auch nein bei mir ich bin in einer gestörten abteilung ich auch und das spiel geht auch los uh yeah dylan ja ok hallo 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 ok und los ich hab mal krach gemacht gucken wer es ist oh es ist wieder der sawkiller oh ja oh man dieses blöde schwein dieses blöde schwein ja oh das kam grad so furztrocken ey was machst du da ich steck meine finger in den generator oh und warum weil das ja ich muss hier weg ach der hat ja schon weh ja kann ich ja weitermachen mach weiter den dänen den dänemark dänen lügen nicht ha 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 ich geh mal ins Haus die kommt zu mir das Schwein ha 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 dann geh ich nicht dann mal wohin die läuft mir hinterher doch ich geh in den Schrank sie sieht sich um Gott sei Dank sieht sie mich nicht mehr ha 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 ist cool oh du hockst da ja 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 oh nee die Pinkie hockt der Murphy kommt aus dem Schrank geht zum Jen zurück und putzt ihn blank die Pinkie ist auch schon hier und der Killer auch und das Schwein auch lauf doch mal weg sonst sticht es dir in den Bauch in den Speck jetzt wem läuft er hinterher dir läuft er hinterher oh nein doch na 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 toll Dankeschön Ohrwurm verpasst na 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 ich finde wenig ist den Jen noch ja ha 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 irgendwo her kenne ich das diese ha 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 von Otto na von Otto ach stimmt ja genau Otto ha 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 so ich mach nicht schon die ganzen Gents Leute oh da ist das Schwein das Schwein diese Schweinelein gut sie rennt nicht mehr hinterher sie kommt mit ins Haus sie läuft euch ins Haus hinterher und hat hier den Dänen das Schwein ist ein Rassist der Däne hat eine Maske Hütet euch vor Dänen die eine Maske aufhaben also Dänen wenn du denn mal fertig bist beteilend ne kannst du hier mal mit anpacken Hallo Dänen sei gesagt das Dänen mit der Maske Dänen äh ist der äh da hängt einer aber ne ne hol ich mal hier runter ich hol den mal hier runter ich hol den mal runter ich hol den mal runter so zack weg damit oh danke schön das hab ich doch gern gemacht hier ist schon Generator an da ist noch einer dein Ernst? ich hab euch ja nicht gesehen ja ja oh die Arme näher ach naja ja ja du kleiner Abschmierer Dylan bleib stehen Dylan bleib stehen Dylan bleib stehen Dylan bleib stehen Dylan bleib doch mal stehen Dylan bleib doch mal stehen was machst du denn da was machst du denn da oh mein Gott na 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 lass mich doch in Ruhe wir haben oben ins Haus okay Dylan und ich gehen ins Haus okay ich komm da hin Leute du kannst dann alleine fertig machen ja ja wir halten hier so lange aus was was ist denn hier an der Wand oh okay ich komme Jungs wo bist du hier? oh ich dachte eben du bist der Killer für eine Sekunde hallo hallo was macht ihr denn? ah ich hab mich nein oh mein Gott sie für mich? oh Karma ja aber wirklich ich das ist jetzt eine Maske oh upsie Machen wir den Machen wir den um weiter? ja ich bin grad wieder dran achso du bist dran Machen wir den Machen wir den oder nicht? ja also wir müssen den ja nicht komplett machen doch natürlich oder? naja dann wird ihre Falle ja nicht aktiviert wenn wir es nicht tun achso denk doch auch mal gut an mich ja? ja okay nur ein bisschen na nur ein bisschen okay sie hat mich du kannst Pinky holen wo bist denn du Pinky? na hier am Scheißhaus äh ah äh kannst du mich nicht hängen sehen? doch jetzt seh ich dich okay nein ich hol sie dann ich hol sie also jetzt seid ihr beide hier ich hol sie ernsthaft Leute oh sie kommt dankeschön wo kommt sie denn? von hinten von hinten also bitte sie will mich sie läuft aber mir hinterher nein doch sicher? und sie hat mich mit einem Schlag gedowned bin ich jetzt richtig gemein? äh dann hat sie die Dings drin Leute habt ihr mich alle lieb? nein was machst du dir jetzt? ich hasse dich du willst deinen Jen machen? ich warte noch bis sie mir auf eine Falle kriegt ne ich werd auch oh du bist so ein Arsch alter du steck du steck ich hasse dich ich hasse dich du bist so ein Arsch alter du hast mich aufgehangen was ich halte dich Pinky ne wie war das? äh nicht mehr vom Haken holen? äh lass mich doch hier hängen weißt du dann lass dann da ist doch okay ist doch mach schon ich meinte eigentlich den ähm JD achso ich hab nichts gesagt oh mein goodness ey oh oh ich hab Herzglocken ich hab Herzglocken ich hab Herzglocken versteck dich erst mal versteck dich erst mal ja mach ich doch sie ist hier sie ist hier unten oh mein Gott sie ist hier oh mein Gott da ist sie sie will nicht sie geht wieder hoch ich kann gerade nicht oh was macht ihr nur was macht ihr nur was soll'n das? äh bist du jetzt so? scheiße wir werden sterben Leute ja der Dillen kommt jetzt hier runter der Dillen Kama 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 ach was Kama 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 Kameleon oh ja come and go you come and go oh no oh no ich falle es ab pass aus wir kommen in deine Richtung ja es ist ups dankeschön danke 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 ja wir sterben glaube ich alle ja sterben wir auch ja die erstmal werde ich hier sterben weil ich hier mich am Haken hänge und mich keiner holt uah ach schade okay erfolgreich gestorben würde ich sagen ja ach hallo ach hi was machst du denn hier? ich sterbe ja gut dann lass uns zusammen sterben okay bin schon unterwegs okay roms aber 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 wir hatten doch nur noch einen Gin zu machen ja das kannst du da kannst du dich bei Dylan bedanken danke Dylan weil er netterweise den Jen aktiviert hat und somit musste ich leider die Falle von meinem Kopf beseitigen und konnte dich nicht retten ach manno ja böse ja hm 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 an die und stinkt eine dem Baum und schreit Aha. Äh, äh, keine Ahnung. Ein Uhu mit Sprachfehler. Nee. Okay. Oh, ist das dunkel. Oh, geil. Zahnarzt zum Patienten. Das kann jetzt ein bisschen wehtun. Der Patient kein Problem, der Zahnarzt. Ich habe seit drei Jahren ein Verhältnis mit ihrer Frau. Oh. So. Also wirklich. Alter, der ist ja. Ja, eigentlich geht ja unter die Gürtellinie. Wo ist eigentlich die Linie bei dem Gürtel? Ich habe noch nie eine Linie an dem, also wirklich jetzt, die Gürtellinie. Wo ist die Gürtellinie? Jetzt sitzt die da drunter. Die ist ja. Was war das? Ja. Äh, ich weiß es. Ah, es ist der Geist. Oh mein Gott. Der Geist. Ich habe ihn gesehen. Oh Gott, er verfolgt mich. Leute. Weil du ihn gesehen hast, das hat er aktiviert. Komm. Lass mich in Ruhe. Erleuchtet. Du dumme Kuh. Du dumme Kuh, lass mich in Ruhe. Hurri-Buh. 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 Unigunde. Ja, lass mich in Ruhe. Du stinkst wie eine Kuh. Ey, willst du jetzt Kuh diskriminieren, oder was? Willst du sagen, dass die stinken? Hä? 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 Ich bin hier seit 30 Jahren und bin ich hier voll Veganer, ja? Ja? Und da bin ich natürlich mit Kühen so voll so, ne? Ja, so voll so? Ja, so voll. Ich kann meine Federn gerade nicht kreuzen, das würdest du auch nicht sehen, weil wir uns nur hören, ja, ne? 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 Ach, ich bin so voll so. Voll so? Oh, jetzt hab ich nen Check versaut. Ach, ne, komm, ich hol dich mal. Das macht doch kein Sinn. Oh ja, bitte. Das mach. Weißt du, erst hier gegen Kühe sein und dann hier, ne? Der Geist ist hier auch irgendwo. Das ist bei mir. Ist der Geist willig? Der Geist willig. Stehst du jetzt auf Geister, oder was? Nein. Die näher kommt schon. Die kommt näher. Möffi, ich hab dich aber gesehen. Du gehst bis hier in der Ecke. In der Ecken. Ich geh zu meinem Gym zurück. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich geh zu meinem Gym zurück. Ach ja, aber wo war der? Na ja, der hier. Ich hab auch Herzklopfen, das heißt, der Geist ist bestimmt gleich hier. Ja, der ist direkt hinter mir. Oh, Dylan. Der Dylan wieder. Wie sieht der Geist denn aus? Voll cool, oder? Ja, der jagt mich schon selber mit dem Geist. Jetzt jagt er mich. Na toll. Hilfe. Der Dylan. Hä, ihr seid zu mir gekommen. Ja. Wir wollten dir helfen und so dankst du es uns. Hallo. Hallo. Hilfe. Er hat mich geigt, er hat mich geigt, er hat mich geigt, er hat mich. Er hat mich. Warum hat er dich, ja? Weil. Weil? Der ist ja voll mit Glibber. Ja, ist mit Glibber scheiß. Ich hoffe mal, dass es Wachs ist. Und nicht Eiter oder sowas. Vielleicht ist er gerade in der Pubertät, der Geist. Kann ja sein. Ich glaube, der hat Barbecue und Chili. Der ist voll davon. Ich brauche ihn noch gar nicht wickeln. Wolltest du gerade loslegen? Nee, ich habe die ganze Zeit Space gedrückt hier. Oh, läuft bei dir. Ja. Ich komme. Geronimo. Ach, hier die Kuhfeindin kommt und holt mich. Ja. Ja, dankeschön. Heil mich bitte. Heil mich bitte. Oh mein Gott. Er hat, trifft deine Wahl, Leute. Wir müssen. Oh nein. Er ist da. Er ist da. Ja. Er ist da. Was müssen wir denn? Trifft deine Wahl? Er kann jetzt instant töten, glaube ich. Oh nein. Ich kann ja. Ja. Mann, oh. Ich will einen Schlag umhauen, ja. Das hatte der Killer doch eben auch. Nein. Das Schwein? Doch. Ich denke schon. Ja, zum Schluss ja. Ja. Oh Gott. Ich komme. Wie weißt du, wenn er so langweilig ist, dann lass mich doch einfach hin. Er ist schon wieder da. Ach, Mann. Ach, puh, er lässt mich in Ruhe. Bist du dir sicher? Nee, lass mich nicht in Ruhe. Oh, Murphy, weg da. Ah, der kommt ja von, wie kann der denn von hier kommen jetzt? Es tut mir leid, Murphy, es tut mir leid. Ich weiß nicht aus, du bist so scheiße, du Geist. Du bist jetzt tot, oder? Ja, ich bin tot. Ich bin jetzt auch ein Geist und werde euch erholen. Ja, hol uns. Was, was willst du mit uns anstellen? Oh Gott. Was wird denn das jetzt? Hilfe! Such Hilfe! Hallo. Hallo. Ja, hier, guck mal. Lavaquart. Lavaquart. Halt den nicht zu mir hinterher. Ja. Also er hat verbittertes Gemurmel, er hat Bluthund, er hat Fluch, niemand erinnert dem Tod. Auf, Karma, ihr habt den Killer zu mir jedes Mal gemacht, diese Runde. Triff deine Wahl. Gar nicht. Und schwarze Abwehr hat er. Was ist schwarze Abwehr? Er kann keine Addons verlieren. Ah, ach ja, das mit der Hand, ja, stimmt, 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 stimmt. Verbittertes Gemurmel, Bluthund, nöt und triff deine Wahl. Know it. Toll. Also so ein ganz. Ja. So ein ganz schlimmer. Mhm. Oh, alle Paletten sind weg. Bei mir war noch eine. Oh nein, fast hätte ich ihn gehabt. Ah, knapp. Naja. Knapp daneben ist auch vorbei. Nein, ich bin daneben. Wär gar nicht erst getroffen. Da ist er. Oh Gott. Oh Gott. Wie dämlich. Miss Pinky. Ja, das stimmt. Sehr sogar. Nein, näher auch. Lass mich doch in Ruhe. Hallo. Schnell doch nur deinen Schuh. Ja. Erheb dich jetzt auf. Du rettet dich doch und lauf. Das kann ich dir nicht versprechen. Du musst dich im Haken sterben. Ja. Lalalala. Das ist doch toll. Ich hab die Luka gefunden. Ich hab die Luka gefunden. Ich hätt mich ja schon längst töten lassen jetzt. Ja, ich war, ich war kurz davor, ja. Guck mal, der, der, der arbeitet mit dem Geist zusammen. Der hat nämlich auch so Glibberkram auf sich drauf. Ich seh das schon. Ja, ja. Der ist ne Komplize. Ich hab den Glibberkram auf ihn aufgemacht. Was siehst du? Ich hab ihm so einen Schmerz gegeben. Ach so. Ja, dann macht er voll brech. Dein Ernst, sag mal. Ja. Der Killer ist ja da hinten noch beschäftigt. Traps are yummy. Yummy, yummy, yummy. I got love in my tummy. 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 And you. Yeah, yeah, yeah. Okay. Guck mal in die Richtung vom Keller. Ach, shit. Konzentrat, bitte. Nee. Nee. Ist der doch am Dinn? Nee. Hä? Ich fragte, ob du auch an Dinn bist. Ich bin der Killer. Oh, der Killer ist hier. Ach stimmt, du bist ja tot. Ja. Da war ja was. Du bist ja clever. Du bist ja clever, Leute. Wie sie sich hier jetzt versteckt hat. Um den Felsen rum und dann zack im Gebüsch. Und unsichtbar. Und jetzt dreht sie sich. Dreh dich, dreh. Wenn du mir schlecht machst, dann geh ich zum Dillen. So. Der Dillen ist hier an dem Dinn, meine Damen und Herren. Ach, der schiebt sich die Pinkie mit ins Bild. Was das wieder soll. Denk an der. Ja, sorry. Weil ich jetzt da war, war es so aufgeregt. Das kann natürlich passieren. Auch der Dillen bleibt hier hinterm Stein. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Strategie. Und der Geist bemerkt es nicht. Doch, und da sieht er ihn, da sieht er ihn. Aua. Oh, nee. Alter, was ist das? Hä? Der ist in die Arme. Wieso ist denn der so in die Arme? Ach ja, weil ich, ach nee. Ich bin so doof. Ich habe hier den Nea da runtergeholt. Naja. Okay. Opsa, Opsa, Opsa. Mann, oh. Da fallen dauernd Sachen runter. So, Pinkie chillt jetzt noch. Nenn mir... Zip erst mal den Jen an, damit der nicht weiter runter geht. Nenn mir eine Grund. Ja, nee, ich habe keinen. Oh. Ich muss das Totum wegmachen. Ist er wieder da? Upp. Ja. Ah, jetzt schon jetzt schon mal nicht. Er will diesen Jen. Okay. Die anderen sind wahrscheinlich alle komplett aus. Mann, oh. Wie das denn? Ja, ich war fast komplett geheilt. Da hat ein kleiner Stück gefehlt und... Da dachte ich, ich bin schneller. Oh, ich bin gut. Oh, das leckt mich am Arsch, ey. Oh, da war der Geist. Er kann mich aber nicht sehen. Warum nicht? Weil ich unsichtbar bin. Guck mal. Aha, so. Ja. Deswegen hast du so was Grünes an, ne? Grün und blau, ne, das sage ich jetzt nicht weiter. Haha. Dill, bist du noch da? Ja. Ist gut. Da ist er, der Geist ist da, der Geist ist da. Ah, ja, 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 ja. Wow, jetzt hast du ihn aber hier. Jetzt habe ich es sehen. Warst du das jetzt oder die Kinderin? Wie lange geht es grad gleich? Oh Gott, ich komme hier nicht weg. Hilfe. Das war's für dich. Ja. Nein, hier ist noch eine Palette. Hier ist noch eine Palette. Oh, das war nichts mit der Palette. Oh, oh, oh. Schnell drüber. Ah. Da ist noch eine Palette. Da ist noch eine Palette. Los. Oh. Ah, nicht schlecht. Und da ist ein Haken. Und da ist ein Haken. Und das war's für die... Ach nee, da lebt ja noch einer. Chips Ayami lebt ja noch. Was macht der eigentlich? Keine Ahnung. Ich hatte ja nur den Rucksack auf. Was hatten die da drin? Da ist die Luke. Sie hat die Luke. Sie hat die Luke. Sie hat die Luke. Sie hat darauf gewartet. Ja, genau. Laber Quark. Mhm. Na gut, meine Lieben. Denn, äh, würde ich sagen, beenden wir damit die Folge und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Awww